mein name ist frederick de Vries von der firma comweb und heute möchte ich mit ihnen reden über das phänomen dunkle bilder und was kann man dagegen machen letztes mal haben wir über monospuren gesprochen wenn sie das interessiert wie sie stereo draus machen besuchen sie uns heute werden wir die bilder bearbeiten und zwar wir sind der meinung dass diese bilder in bestimmten bereichen viel zu dunkel sind wir können natürlich auf der allgegenwärtige videofilter zugreifen das heißt ich habe hier die möglichkeit über der farbkorrektur den y uv kurve zu machen und diese dann versuchen mit aufhellung ja etwas besser hinzukriegen das problem was wir hier aber sehr schnell sehen ist dass wir das komplette bild aufhellen wir haben eine sogenannte nebelhorn würde ich mal sagen sprich das bringt uns nicht wirklich weiter diese methode ist also tabu hier ist zu sagen dass wir die y uv kurve durchaus anwenden können aber eben mit bedacht und mit sehr viel vorsicht besser ist dass wir das signal vor allem in der dunklen stelle etwas heller kriegen und die methode die mir sehr gut gefällt ist das über die kia zu machen dafür müssen wir allerdings ein bisschen vorbereiten und das geht folgender weise wir verdoppeln der clip für die leute die es noch nicht kennen wir nehmen einfach der clip mit der linke maustaste wir können diese jetzt bewegen und ja irgendwo hinstellen wo wir hin möchte das problem ist aber dass wir diese clip wirklich verdoppeln möchte und dafür nehme ich den clip mit gedrückte maustaste linke maustaste und drücke jetzt zusätzlich die stringtaste dadurch erscheint ein plus bei dem mauscursor und sie wissen dass jetzt das bild dupliziert wird das gleiche ist natürlich auch mit ton möglich einfach mal üben da der clip packen mit gedrückte maustaste dahin legen wo sie es haben möchte die stringtaste dazufügen oder die kontrolltaste und nachgelang was sie kennen sehen dann dass der mauscursor ein plus zeichen dazu bekommen hat und sie haben den clip mit wenn sie loslassen verdoppelt wir können ja mal die key dazu holen ich habe ja gesagt wir arbeiten mit der key ich mache das jetzt mal ein bisschen größer damit wir sehen was ich meine gut ich kann diese key natürlich versuchen wenn ich den mixer an mache zu beeinflussen dafür drücke ich die shift taste an der linken seite und versucht das hier mal zu ändern sie sehen aber es passiert eigentlich gar nichts warum ist das so wir haben noch gar nichts gesagt was geändert werden müssen würde ich das hier machen bei dem clip die völlig andere inhalt hat wir sehen dass sie die mischung der beide bilder hier erreichen ist aber nicht gewollt wir wollen eigentlich das bild aufhellen deshalb alles wieder zurück auf start sprich wir haben jetzt die ganz normale umgebung wie wir es haben und jetzt kommt unsere kia hier zur geltung und zwar haben wir beide kia neben der normale chroma key und luminanz key haben wir ein zusätzlicher ordner der sich mission genannt wird und über diese mission können wir zusätzliche effekte im prinzip erzeugen eine der schönste welche ich gerne nehme ist bildschirm bei der beschreibung wird also schon darauf hingewiesen dass wir eine überlagerung machen diese legen wir jetzt auf der zweite clip also in der obere clip in der layout bereich also in der key bereich und legen den einfach hier hin und sehen sofort was passiert in dem moment wenn ich loslasse wird das bild hier deutlich heller das heißt ich schalte mal diese film clip ab das ist das original material und in dem moment wenn ich es wieder dazu schalten habe ich plötzlich erreicht dass dieses bild deutlich heller wird nochmal zum vergleich ich kann hier einfach mal den key herunter drücken sie sehen dass ich also über die key auch dieses material in helligkeit noch manipulieren kann also nochmal zur wiederholung wir haben hier zum beispiel ein völlig anderes bild was aber ja überhaupt nicht zeigt warum es geht nämlich die kirche dadurch dass wir eine überhellung in der hintergrundbereich haben hier machen wir wieder das gleiche das heißt ich nehme die maus verdoppelt das signal nehme die stringtaste jetzt dazu und lasse meine maus los in dem moment habe ich es verdoppelt nehme aus der key bereich mischen nehme ich den bildschirm lege die wieder innerhalb der key bereich von mein clip das ist dieser graue bereich das ist unter der tonspur zu finden und ist meistens grau gezeichnet so wir haben jetzt das bild insoweit aufgehört wir sehen jetzt auch die konturen und die strukturen innerhalb den dunklen bereich die wir gerade wenn das bild noch dunkel war eigentlich nicht gesehen haben problem ist dass natürlich der helle bereiche auch aufgehört werden wir müssten hier so wirklich versuchen ein bisschen einfluss noch zu nehmen ich mache das gerne durch die drei wege farbkorrektur jetzt auf der clip zu legen und hier in der weiß abgleich also in der helle bereichen den kontrast einfach runter zu drücken dies kann man bei beide clips machen das heißt ich nehme die gleiche drei wege farbkorrektur und lege die noch mal in der untere bereich es ist nicht viel aber es hilft dann definitiv das bild noch mal ein bisschen ja zu verbessern gut das war es auch schon wieder ich hoffe das hat ihnen weitergeholfen sie haben jetzt eine möglichkeit wirklich das bild aufzuhellen in bereichen wo es also normal v unter umständen zu dunkel ist wenn es ihnen gefallen hat vergesst es uns nicht zu abonnieren oder mit ein daumen nach oben zu belohnen ja bis zum nächsten mal mein name ist frederick de fries von der firma comweb so Untertitelung des ZDF, 2020